Andreas Kohl ist jemand, der außenpolitisch irrsinnig viel Erfahrung mitbringt. Seine erste Funktion im Parlament war der außenpolitische Sprecher. Er ist gut vernetzt und insofern hat er da jede Basis, die man braucht. Und als junger Mensch unterstütze ich den Andreas Kohl, weil ich ihn für einen Politiker halte, der sehr besonnen ist, der sehr sachkundig ist und ich glaube, wir brauchen ohnehin mehr Liebe zum Detail in der Politik und weniger Pauschalierungen und Emotionen.